hey willkommen zurück weiter geht's mit labyrinths auf der wort rückgängig vergangenheit mit ein bisschen magie bekomme ich ihn schon wieder hin mit bisschen magie bekomme ich okay geht so nicht gdm flipp fehlt ein flügelstück er fehlt eine krone da war noch nicht alles vollständig was hierhin kommt hier kann ich ein zaubermittel braun ok hier okay das haben wir immer ein einer krone könnte vielleicht hierhin und wir kriegen die stangen deko aber niemand anderes soll die möglichkeit haben meine pfanzerhandschuhe zu tragen belege sie mit einem fruch damit jeder der sie berührt einen seinen verstand verliert wenn du es nicht tust wird man dich einem kopf kürzer machen könig williams war alles die lösung als druckmittel hey wenn du mir die nacht nicht die nase putzt wirst du kopf kürz gemacht hey wenn du mir nicht die seite umblendet von meinem lebensbuch bist du geköpft hey wenn du mir ein stück hühnerfleisch nicht in den mund schiebst bist du geköpft in den mund schiebst du reichen kürz geht bis du Regime ich frage meine pfanzerhandschuhe späne zu überfüren die ganze reine wenn ich nicht die haben sie aber das Ding auf der Heine ist noch sichtbar everything the gems from my crown that let me control dragons are gone will you help me to repair it only the emeralds are missing this dragon's eye will help you in your search okay wir haben ein drachen auge bekommen da war noch ein sammler objekt ja dafür ein smarag den wir noch nicht haben darf ich auch wieder verlassen danke womit kann man mittelalter kerzen anzünden streichhölzer alter ist die dreckig ich glaube da kommt das drachen auge rein kriegen wir ein tuch goldene deko ja den kann man da nichts damit nutzen das mittler war es wäre es kurz weg doch leider fehlt eine metall frucht ja okay wahrscheinlich kann ich mit den lappen das jetzt hier sauber machen auf eine rüstung ein bild auch nicht schlecht okay was haben wir denn hier alles dass den komischen trachten sehe ich an diesem komischen adler den helms wie ich den toten schüttel sehe ich das schild sehe ich der dritter hat ja was wieder anders hinsetzen naja ich bin einfach nicht mehr der jüngste freund einfach nicht mit der jüngste da ist das nicht mal da ist das feuer doch da ist das feuer 100 doch gesehen wo ist hier ein schwert versteckt das sind spere das ist keine waffe da ist der morgenstern dass das flirte ließ wo ist das schwer dass ich dachte dass wir jetzt entgegen muss das schwert das ist kein schwert da ist das schwert feuer und ja okay feuer und steil und stadt feuer stahl ich soll es beschleunigen ok nochmal das gewicht einmal morgen stern die karte hier wieder hin gut der störe ein grabstein war herkules herum schafft metallstange ok was soll ich mit der metallstange machen da nicht da brauchen wir noch ein blatt vielleicht ist mit der stange was haben wir da ein gewicht immer das hier immer wieder dein 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 und class drache wahrscheinlich dahin ah da kriegen wir das blatt also wieder zurück was kriegen wir hier den smaragd die passenden symbolpaare wählt zwei smaragd aus um die symbol zu sehen die sechs inneren smaragd drehen sich im uhrzeigersinn nach jeder auswahl okay dann haben wir das schon mal das eine oder war das das hätte jetzt sein können aber auch richtig ich ja ja Oh, danke. Danke. Jetzt, dass die Drakens wieder unter meinem Kontrollen sind, werden sie dir helfen. Geh in die Tauern und kenne die Drakens. Schau mein König, wenn du kannst. Oh. Okay. Dann einmal hier das. Haben wir noch irgendwo ein Sammlerobjekt? Da haben wir noch nichts. Da haben wir aber auch noch nichts. Hm. Ein junger Prinz interessiert sich William für die Wissenschaft, ganz besonders für Geologie. Sein Expertexperimente mit Metallen bewies, dass man mit einem Horn, das aus Silber geschmiedet wurde, Drachen herbeirufen und grotonieren konnte. Okay, dann brauchen wir irgendwas aus Silber. Was sagt die Karte? Wir können nur hier was machen. Ich meine, wir haben jetzt hier einen Schlüssel. gleich einen Schlüssel damit aufsperren hier. Sonst ist da nichts drin. Äh, Metallzauberfrucht. Und da kommt irgendwas oben hin. Was hat sich jetzt hier offenbart? Au. Binde alle Kamenobjekte, um die Objektliste freizuschalten. noch drei stück auch noch du dich bei der thomas also erstmal erstmal hirschköpfe finden ich mache das aber trotzdem querbeet alles was ich sehe nämlich mit noch eine waffe ok eine krone gehört hier rauf selber und zaubermittel ok ja ja sieben ist von ja 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 Er braucht zu essen, bevor du zu der Topf der Tauern fliehst. Hier ist der Masterkey. Schau dir das Drakons-Food in den Kasten. Schau dir das Drakons-Food in den Kasten. Was soll ich jetzt machen? Saubermittel. Ach so. Jetzt? Ja, komm. Na komm, mein Großer. Hier, happy, happy. Yay, ein Drachenreiter, Aragorn und so. So, erstmal Sub-Objekte wieder sammeln. Da sehe ich noch nicht sammeln. Ne, ich will nicht. Da, Drachenfigur. Also, Sammelfigur, meine ich. Aha. Hi, ho, ho, ha. Okay. Ah. Der Schlüssel ist in Sub-Obwachs versiegelt, welches nur durch ein Drachen spolz werden kann. Damit soll verhindert werden, dass die will ihn stehen. Okay, was bist du? Wachsei. Mein Freund, könntest du uns helfen? Danke, mein Freund. Braver. Man darf ihn nicht mal streicheln, oder was? Feuerfrüchte. Hast du Bock auf Feuerfrüchte? Äh, wow. Überfordert mich halt. Platziere die Drachenaugen auf dem Spielfeld, damit alle Linien verbunden sind, um ein vollständiges Bild zu ergeben. Wenn du ein Auge an der falschen Ziele platzierst, wird erklingt ein Soundeffekt. Ja, gut. Ich kümmere vor wie Beef is unbuttet. Äh, hä, 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 hä. Ihr wisst schon, hä, Beef is unbuttet. Können nur neue Leute wissen, die MTV geschaut haben. Äh, sicher, ja. Also wenn es falsch ist, erklingt ja ein Soundeffekt, hat es ja geheißen. Also bis jetzt sieht es halt richtig aus, finde ich. Ja. Äh, hä, 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 hä. Peter, was ist mit ihm geschehen? Oh, Tepi hat was damit zu tun hat. Mit Sicherheit. Ja, ob das so gut ist? Ich hab's gewusst. Miss Watson hat er recht, was Debbie betrifft. Ach, echt? Die Frau hatte recht? Ich hab nicht so, als hättest du dir Wurzeln Schlafmittel in Orangensaft getan. Nee, bloß nicht. Jetzt bloß, ich muss hier einen Verband ablegen und etwas finden, die ich aufhängen kann. Äh, äh, hast du sowas schon verdient? Du Narr. Du ein Feuerzeug und ein Staubbädel. Oh, wir sind schon über der Zeit, meine Lieben. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.